Auch wenn es grad schon mehr dunkel wird. Regnet es da? Okay. Hier regnet es. Da regnet es hier nicht. Oh, interessant. Na. Ich hatte gerade überlegt, was ich das Holz brauchte, bis es mir gerade einfällt. Ich wollte ja Kisten bauen. Hätte im Moment gedauert, bis ich da wieder drauf gekommen bin. Vielleicht das machen wollte. Zack. So. Das haben wir jetzt. Jetzt haben wir wieder genug Holz, da können wir uns ein paar Kistchen klar machen. Nicht abstürzen, das wäre schlecht. Zack. Haben wir jetzt genug? Da hauen wir jetzt nochmal, wo haben wir es denn? Da. Da ist ein Erz rein. Wie viel haben wir jetzt gerade gemacht? Ich finde gerade die Kisten nett. Ah, da. Acht. Moment. Eine mehr. Ne. Doch, es geht schon so. So. Die tun wir jetzt. Die tun wir jetzt. Das sind jetzt noch auf wieder. So. Drei Stück lang hier. Dann haben wir erstmal was. Bruchstein. Bruchstein. So viel Bruchstein brauchen wir gar nicht. Einmal werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Die werden lang. So. Da tue ich Kies rein. Zack, zack. Und auch den Feuerstein. Obwohl einmal sollte man auch da mitnehmen. Man weiß ja nicht, für was man es gebrauchen kann. So. Da werde ich hier den hier rein tun. Da werde ich das Golderz rein tun. Und hier die Erde behalte ich. Die nehme ich nämlich mit. Dann kann ich aber hier noch den hier rein tun. Dann haben wir glaube ich denke ich mal alles was wir brauchen. Haben wir jetzt da. Wir hatten doch Erde, ne? Und wir haben jetzt... Ich will mal... Ich will mal, will mal. Ich will mal, will mal. Ich will brauchen dreimal. Ich denke mal drei Stück werden lang. Wir sollten vielleicht mehr als eine Spitzhacken machen. Aber wir sollten den Rest vielleicht doch dann aufheben lieber. Ja. Ähm... Ich will die Erde... Achso. Hier war keine Erde dran und mehr. Die habe ich ja noch einstecken. Ich füge das mal da rein und... Ja. Ich mache hier noch so ein... Schon wieder. Kohle. Yay. Ich bin mir froh, wenn ich Kohle finde. Boah, ich lang das ja nämlich, was ich jetzt gerade hier vorhabe. Ups. Ups. Ups, oder? Entschuldigung. Hhhhh. Ah. Ist er noch? Nee. Und ich dachte, ich will hier raus vorher noch. Ich wollte nämlich nur eins hier rein. Und dann mache ich hier, hier, hier. Das muss ich jetzt auch kurz abbauen. Zack, 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 zack. Äh, haben wir die Erde da? Muss ich zwei Erde? Ich mach mal zwei, lieber tief. Nicht, dass ich das falsch mache. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ist das nur ein Test, was ich jetzt gerade mache? Ich werde es gleich sehen. Einige können sich vielleicht doch schon denken, was ich vorher habe. Nein, ich will keinen Baum pflanzen. Ein Baum wäre hier ein bisschen... Dann wäre es ein bisschen zu niedrig hier. Das brauche ich hier. Und es ist schon wieder dunkel. Ist doch doof. Hä? Au! Kloppt euch doch selbst. Ich muss warten, bis vier Tage ist. Ähm, äh, genau. Dann kann ich kurz mal zu den Eisen tue ich mal das hier, bevor ich das nämlich auch schon wieder verliere. Ich traue mir das ja zu, dass ich das auch noch verliere. Dann warten wir jetzt mal einen kleinen Moment. Lass mich in Ruhe. Lass mich gehen. Lass mich gehen. Lass mich gehen. Au! Ja, ich will doch nur da runter. Ja, nicht so schnell runter. So schnell wollte ich dann doch nicht da runter. Ah, sogar zwei hätten gelangt. Das ist gut. Ja, ich wollte meine Spitzhacke reinbuddeln. Ach, Kürbis bringt uns eigentlich gar nichts. Das ist so ein bisschen... Karotten haben auch keine mehr dabei, ne? Schade. Schade, schade. Dann werden wir wohl doch warten müssen, bis es wieder Tag ist. Dann werde ich mir hier ein bisschen was anpflanzen. Unser Untergrundgarten. Ich meine, kann ja nicht schaden, ne? Die Pflänze bekommen auch noch ein bisschen Licht. So. Wasser haben wir jetzt auch noch, was ich jetzt habe dabei, falls wir brennen. Kohle werden wir jetzt ein bisschen hier was reintun und ein bisschen was mitnehmen. Aber ich glaube, der Kürbis, der wird uns rein gar nichts von Nahrung her überhaupt nichts bringen. Oder? Kann ich daraus irgendwas machen? Nein. 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 Ja, wir könnten einen Kürbiskuchen machen, wenn wir Ei und Zucker hätten. Aber wir haben ja dann Huhn. Und noch sonst irgendwas. Aber wir könnten uns dann Brot anpflanzen, das ist auch gut. Dass wenn das hier gewachsen ist, dann machen wir uns Brot. Was heißt Brot anpflanzen? Ja. Das war jetzt intelligent. Natürlich können wir uns nicht Brot anpflanzen, aber wir können uns halt Brot machen. Was? Es ist immer noch dunkel. Ich will, dass es Tag wird. Jetzt lauern wir hier davor und hoffen, dass es endlich Tag wird. Und wenn, ich muss mal niesen. So, Entschuldigung. Was tue ich denn mit meinem Leben? Ich hänge hier an einer Leiter und hoffe, endlich Tagessicht zu sehen. Wir kribbeln immer auf die Nase. Und wir müssen immer noch warten. Achso, und für diejenigen, die gesagt haben, ich sollte ein neues Mikrofon anlegen. Es lag nicht am Mikrofon, es lag an den Einstellungen, die ich gemacht hatte. Hab ich vergessen zu erwähnen mal in der ersten Folge. Also es liegt wirklich nur an den Einstellungen. Und das Rauschen, das ist halt, ich hab das noch nicht so optimiert. Also Sound, Spiele-Sound plus dem vom Ava Media, das hab ich noch nicht richtig eingestellt. Und deswegen gab es da halt so rauschende Probleme. Burn! Burn, baby, burn! Das hast du davon. Ähm, Entschuldigung. Ja, das war halt so das eigentliche Problem daran. Das hatte wirklich nichts mit dem Mikrofon zu tun. Das Mikrofon ist neu. Das ist nicht erst mal uralt und kaputt. Das war auch teilweise, ähm, die Verlängerung, die ich dazwischen hab. Ich hab so ne Art... Ich hab ne Verlängerung halt, ähm, zum Ava Media direkt. Und, ähm... Ja, und die Verlängerung, die alte, die war halt schon wirklich alt. Und daran lag das auch mit der... Da haben wir jetzt auch noch ein bisschen was. Samen, die tun wir jetzt hier rein. So. Wir könnten gucken, dass wir vielleicht irgendwo Eier kriegen. Wenn wir irgendwo ein Chicken finden. Chicken. Chicken, chicken. Ich hab eins gehört. Wie ist jetzt hier ein Schaf? Ich hab doch einen Huhn gehört. Oh, hab ich denn das Huhn jetzt gehört? Ah, da unten. Aber da sehe ich jetzt auch kein Ei liegen. Das Huhn. Das Huhn bringt uns also nichts. Da haben wir noch ne Kuh. Ein Mähendes Schaf. Und unsere alte... Behausung. Ja, ja, unsere alte Blockhütte hier. Wo Muten auch nicht mehr weitergemacht hatten. Da fällt mir einmal, wenn ich jetzt... Jetzt vielleicht, ob ich mal gucken wollte. Wie man eine Karte macht. Kommt die. Normalerweise müsste ich da auch Karten... Ah, hier. Leere Karte. Dazu bräuchten Kompass. Kompass und Papier. Okay. Den Kompass, der geht mit dem. Und Redstone. Das haben wir ja. Und Papier. Ich glaub, Papier war mit... Oh, das ist neu. Ein Enderkristall. Okay. Es sind noch neue Sachen, die dazukommen. Die hab ich doch gleich gesehen. Ah, Papier. Ah, okay. Dann weiß ich ja, was wir das beim nächsten Mal machen werden. Und hiermit würde ich sagen, ähm... Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Für euch also morgen. Wenn nichts schief geht wieder mit dem Ton und so. Ähm, ansonsten, ja... Ihr könnt ruhig Kritik teillassen. Und eure Meinung dazu sagen, was ich gesagt hatte. Zu dem, was ich gesagt hatte. So rum. Ja, ansonsten, man hört sich, man sieht sich, man liest sich. Ciao. So´. Bis zum nächsten Mal.